W-Wie viel Wellen muss ich'n da... Oh, jetzt! Jetzt geht's wirklich los! Oh! Nein! Nein! Bündchen! Fast! Fast! Okay! Sind wir froh, dass ihr da seid. Noch nie habe ich solch eine Flut von Orionern gesehen. Und ich mache das schon seit Jahren. Ihr seid jetzt sicher. Bleibt bei uns, wir bringen euch heil hier raus. Was ist mit dem zweiten Team? Sie sind kurz vor der Flut von Untoten vorausgegangen, um eine neue Entdeckung zu sichern. Sie könnten noch leben. Ich kann das bestätigen. Da führen Spuren in die Höhlen. Eine gute Stellung. Vielleicht hat sich das zweite Team dort eingegraben. Dann kehren wir nicht um, bis wir ihr Schicksal sicher kennen. Verteilt euch und schützt die Forscher. Wir gehen weiter. Oh Gott! Noch mehr! Noch weiter! Noch! Geht in diese Richtung! In welche? Da nübe! Oder da rein? Na, da können wir ja nicht rein. Okay, müssen wir da runter. Halt, da liegt noch was. Habe ich irgendwas nochmal? Ach, ich habe nichts gekriegt. Ich hoffe, wir finden bald das zweite Team. Ich kenne einige dieser gelehrten Seiten. Ich bin gerade einmal ein Meter unterwegs. Ich habe einen Zettelgang gefunden. Er ist verbarrikadiert. Ich mache das. Trete zurück! Ja, spreng dich nicht selbst mit in die Luft. Boom! Okay. Können wir da jetzt rein oder was? Hier? Okay. Oh Gott. Oh Gott, das könnte ja ein wenig länger dauern alles. Oh, ich hasse Raupen. Mit ihrem elendigen Gift. Sehr gut, Raupen. Das hast du ja gut abgeschaut von mir. Wie ich das in Wirbel mache. Aber was dreh ich nicht? Ja, wir sind jetzt hingesprungen. Ja, den haben wir gegeben. Hier lang. Die Grabung sollte direkt hinter dieser Ecke sein. Ah. Lebenspunkte erhöhen sich. Hör die auf mit einem Giftpuppelein da. Machst du da ein Dance oder was? Aha. Gut, und weiter. Hey, hier drüben! Bisse! Beide hier. Ja. Komm, da können wir nochmal so einen Medelfeuerwolf wieder... Ich fülle mit Füße! Ich fülle mit Füße! Nein. Ich fülle mit Füße! Die Lebenspunkte erhöhen sich. ok was ist mit dem Team passiert und wonach habt ihr gesucht? ok dann folgt mir für den Rückzug, ich gehe voran und der Kommandeur schützt unsere Flucht, bleibt dicht beisammen, alle heil rauszubringen wird nicht leicht werden, ich fühle mich riesig ja irgendwie müssen wir es schaffen, keine Lust das noch einmal zu machen, da der ewig, ah da hinten kommt der Raube, da kommen mehr Rauben komm, wir gehen einfach, hä, jetzt ist der andere Weg, ach wir müssen noch einen anderen Weg entlang ja klar, du gehst einfach mal woanders hin, hä hey wir haben da so ein Dings dabei au was du als Selbstmordattentäter du bist doch da angerannt und hast dich vernichtet meine Herren wenn wir gerade hier ein wenig aufladen ok schützt die Forschung ach schützt die Forschung welches Energie du ja klar, nach hinten schießt du das wird doch hier im Absurde da da Raube haste Raum da wohl irgendwie ein ein Jumping quasi gibt in einer Instanz das wäre doch mal lustig ja klar, natürlich na, ist hier 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 mein ch hallo vitalität wieder her so dort durch woher kann denn das das hätte unser ausweg sein sollen ich brauche euch bin ich der kommandeur jawohl noch eine sackgasse militärisch in eine falle zu locken ich habe die orianer schwärmen und lauern gesehen aber fallen haben sie noch nie gestellt sind sie zu solch taktischem denken fähig ich habe sie schon bei ausgesuchten grausamkeiten beobachtet wenn das abteiteam das artefakt gefunden hat was ich denke ergibt das sinn sie suchten nach einem zwergen folianten warum sollte seitan solches interesse an einem uralten buch haben ich glaube es enthält informationen über das letzte aufsteigen der drachen allein seiner existenz beweist dass man sie besiegen kann unsere feinde wollen uns diese informationen vorenthalten woher weiß der drache überhaupt davon seitan wirkt nicht wie eine leseratte seitan weiß alles was seine diener wissen ob lebend oder untot einer seiner verdorbenen diener muss das buch gesehen haben kommandeur zu mir ich kann uns vielleicht aus dieser situation herausholen aber ihr müsst mich dabei beschützen wir sind gefangen aber ich kann verstärkung herbeirufen um uns freizukämpfen es wird bestimmt kein kinderspiel aber es steht in meiner macht wartet ich brauche zeit um kraft zu sammeln was macht er jetzt wo bin ich wieder in die andere richtung das hat man aber gleich machen bin ich kann was ist wauw wauw wo ist oder wo ist wo es wo ist wo ist wo ist wo w wo ist wo ist also FS Was soll denn das mit diesem erheben? Au. Na, das wollte ich selber. Na, Giftdinger. Hört auf. Ich seh vor allem nicht. Ich seh mich nicht. Ich seh die anderen nicht. Ich bin der Schrecken. Aha. Ich bin der Schrecken. Wie, was verlasst diesen Grund und Boden? Haben wir es? Ich bin der Diener. Was für komische Kreaturen, der verfügt. Gibt's doch keine. Würde ich doch nicht anlügen. Das hilft uns jetzt auch nicht weiter. Das hilft uns jetzt auch nicht weiter. Lebenspunkte erhöhen sich. Alle zusammenziehen. Ja, Gott. Ach, das ist ja auferstanden. Okay. Wölfchen. Erscheine. Was für Kämpfe hier abgehen. Das ist ja. Oh. Jetzt hat er ein gipfelt Sauberstart. Lebenspunkte erhöhen sich. Okay. Okay. Ein, ein Opfer. Es geht nur. Okay. Und weiter. So. So. Jetzt wollen wir erst einmal, bis alle wieder ihre Lebensenergie haben. Gott. Ich leide die Diener. Du lädst nicht auf. Oh Gott. Raupen. Ich bin nicht müde. Ich hasse Raupen. Die zucken ja auch noch so lustig. Ihr seid ein verängstigtes Kind. Ich bin... Hörst du auf, das immer wieder zu sagen? Wenn du hier jemandem seine Männlichkeit mit seinem Riesenschwert unterbeweisstellt, dann bin das da wohl ich. So, ein großes Schwert hast du noch nie gesehen. Fältnis zur Körpergröße. Willkommen, Silvan. Was ist denn jetzt? Hab euch hergelockt, gefangen. Jetzt sterbt ihr. Die Elemente beugen sich mir. Und ich beuge mich seitern. Er will euren Tod. Soll er haben. Ich wurde geboren, eures Herrnwerk zunichte zu machen. Ihr müsst sterben. So sei es. Es geht nicht gut aus. Du kannst ja nicht einerseits sagen, du machst den jetzt platt und dann gleich, es geht nicht gut aus. Das ist doch... Der Drache befiehlt und wir folgen. Alle werden seit Tag die. Vitalität wieder hergestellt. Aber das könnte ja wirklich ein enges Ding werden. Ah ah. Ah. Und mit eng meine ich... Ah, da dürfen wir also nicht durch. Okay. Verstehe. Komm, wir können ja mal alle ein wenig schneller laufen. Besser spät wie nicht. Nein. Ja, ich habe schon verstanden. Wenn ich da durch den Kreis laufe, dann unterbricht es mir meine ganzen Skills. Lebenspunkte erhöhen sich. Okay. Ah, noch einer. Achso, um die anderen kümmert ihr euch erst gar nicht. Also meine Aufgabe ist, die Aufgabe des Kommandanten, mich um das Kleinfeld zu kümmern. So. Du bist tot. Etzer, du. Können wir jetzt eigentlich mal wechseln auf den Dollar. Ach. Ich muss ja wenig... Aushalten. Halt es her. Haha. Ach, Dumpf, warum bin ich raus? Ich geh da jetzt einfach nicht raus, aus diesem Gras. Oder wenn ich nicht blink? Ja. Ach man, immer das gleiche. Okay. 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 Bis zum nächsten Mal.